Willkommen bei «Naggefragt», liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zeitgeist und Mainstream bestimmen die öffentliche Meinung. Wer sich kritisch äussert, schwimmt gegen Strom. Wir fragen in dieser Sendung nach dem Wert der Opposition und wo die Kritik erwünscht ist und wo vielleicht nicht. Mein Gast, das erste Mal im Studio, wieder lebig aus Fleisch und Blut, freut mich, euch vorzustellen. Hans-Ueli Ebi. Guten Abend. Bekannte Journalist, Biubien, und anders noch mit der Federe oder mit dem PC tätig. Einen kritischen Geist, habe ich das Gefühl. Darum ist er heute auch da. Hans-Ueli Ebi, vielleicht gerade über das Wochenende war die grosse Demonstration in Bern verhindert worden, durch die Polizei. Reden alle hinterher, Sicherheitsdirektoren. Was sagt ihr dazu, zu diesem Vorgehen? Die Demo der Corona-Gag. Ich finde das aus der Sicht der freien Meinungsäusserung nicht zu sehr problematisch. Es war ja nicht das erste Mal, dass der Staat die verfassungsmässig garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit einschränkt. Es ist natürlich so, dass gewissen Verordnungen gelten. Und die gelten eigentlich auch für diese Leute. Es ist natürlich ein Abwägen von der Politik und auch von der Sicherheitskräfte. Soll man so etwas auflösen oder nicht? Man hat manchmal das Gefühl, wenn man schaut, wer da mitmacht, das sind nämlich nicht alles nur Verschwörungstheoretiker oder Spinner oder Rechtsextreme, sondern ganz normale Mütter aus dem Emmettal oder von sonst her, die vielleicht einen gewissen Hintergrund haben, die dort mitgehen. Und da hat man das Gefühl, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Okay. Also ich bin eher... Es macht mir nicht so Freude, diese Entwicklung. Ja, also die Polizei präsent ziemlich stark. Die klare Äusserung des Reto Nausea, also ohne Maske keine Versammlung. Das ist ja eigentlich von der Sache her korrekt. Ja, da fährt es eben schon an. Jetzt hatten wir dermassen windiges Wetter. Ja. Also wenn man draussen steht und es windet, auch wenn wir uns nur 40 cm gegenüberstehen. Ich muss euch wirklich absichtlich anspäuen und es dann noch haben, dass ihr eventuell etwas verwissen würdet. Da fährt es schon an. Und das ist natürlich etwas, was oft Leute stört. Wenn man z.B. in einem engen Bus oder Tram sitzt, dann sehen die meisten Leute ein. Da hat man eine Maske an. Wenn man konsequent sein will, dann müssen wir nämlich sogar eine FFP2-Maske haben. Aber auf dem Peron, oder? Also ja. Und das ist halt etwas, das bei vielen Leuten nicht gut ankommt. Oder dass es so lange ging, bis die Terrassen endlich sind aufgegangen. Jetzt, wo es regnet, sind sie offen. Gut. Ich könnte mir sagen, der Westwind tut vielleicht das Virus ein wenig vom Winden verweht. Also, dass man sich nicht... Ich wünsche mir dann vielleicht einer von Bruntruthi oder von Sättim. Ja, kommt das an. Okay. Reden wir mal über Biel. Mal. Ja. Ihr habt in einem der letzten Bielbien zwei aus meiner Sicht gute Artikel geschrieben. Wenn man es ein wenig zusammenfasst zu unserem Thema. Der Mainstream zu Biel politisch ist jung, links und grün. Und Frau. Und Frau. Ja. Lena Frank, Glenda González, Gemeinrat, oder? Und Anna Tander, glaube ich, schon fast portiert vom Bielertagblatt als Nachfolgerin. Und fair. Muss dort sehr schön noch gewählt werden, der Erich Fair? Ja, müsste er noch... Jetzt haben wir heute gerade erfahren, dass der Reto Nase durch die Anträge über Mitte ist. Also, die SP macht ja nicht so schnell drei Sitze. Aber eben, darauf zurückzukommen. Ja. Es ist schon ein Trend, den man sieht. Vor allem in den letzten acht Jahren hat sich das stark geändert. Vor acht Jahren hatten wir eigentlich einen mehrheitlich bürgerlichen Stadtrat, der ziemlich viel durchbringen konnte. Und jetzt ist es natürlich schon so, es ist auch... Die urbane Generation wird tendenziell linker, grüner, feministischer. Es gibt ja Männer, die sich Feministen nennen. Das gibt es auch. Es gibt Männer, die sich Feministen nennen. Das ist mir zwar ein Rätsel, wie man so etwas machen kann, aber die haben offenbar kein Problem damit. Und das wird ihnen natürlich, zum Beispiel im Gymnasium, das wird propagiert. Und es ist einfach so, dass... Die politischen Verhältnisse, das ist ein Abbild von dem, was die Leute in dieser Stadt wollen, die erstens das Wahlrecht haben und zweitens auch noch wählen. Die Feministin hat ihr jetzt gerade erwähnt, ihr habt auch schon kritisch geäussert, die die Kille-Glocken am Frauenstreiktag riefen. Das hat euch nicht gefallen. Ich finde das völlig deplatziert und überflüssig. Die Kille-Glocken, ob man jetzt sehr religiös ist oder nicht, ob man römisch-katholisch ist oder reformiert, das hat etwas Würdiges. Die Kille-Glocken schlagen dann, wenn sie eben sollen, also zur vollen Stunde, oder zu einer Hochzeit, oder zur Beerdigung, oder wenn der Krieg fertig ist. Aber eine Frauenstrecke, das ist eine politische Manifestation und die Kille bezeichnen sich eigentlich als neutral, politisch neutral bezeichnen, weil sie das zwar nicht so daran halten, und dann fand ich, das geht nicht. Und ich kann vielleicht noch sagen, wie es dazu gekommen ist, wir haben dann ein Medi-Communique bekommen und in meinem Umfeld, journalistisch, haben alle geübt, das ist ja super, dass die Kille das macht. Und ich fand, das ist auf der Nähe. Die Kille muss nicht ihre Glocken rufen zur sogenannten feministischen Empörungsparty. Das hat natürlich ziemliche Aktionen gegeben, in die eine wie in die andere Richtung. Die Kalle wird meistens oben durch, aber unten durch wird auch die Hand gegeben. Ja. Wir hatten noch eine andere politische Stellungnahme der Kirche mit den orangen Fahnen, die Konzernverantwortungsinitiative. Hier findet ihr, das kann man irgendwo aufhängen, aber nicht an Killentürmen. Oder wie steht ihr, Anzuli? Ich habe jetzt gefunden, dass das nicht an Killentürmen gehört. Er ist an der Stadt Kille gehangen, ich habe das natürlich schon gesehen. Ähm, ich lese das ja reformiert, weil ich ja immer noch Kille-Mitglied bin. Und ähm, aus der Sicht von, auch aus theologischer Sicht, kann ich schon nachvollziehen, dass Kille für das Anliegen eingesetzt hat. Weil das Ziel, das die Initiative verfolgt hat, da kann man ja eigentlich nicht dagegen sein. Wie bei anderen Sachen auch nicht. Es ist niemand gegen sauberes Trinkwasser, wo man es auch abstimmen soll. Aber man hat es gedacht, dass die Kille etwas weit gegangen ist und halt einfach, sorry, L'Expression, ein dummes Mauer hatte gegenüber Kreisen, in denen sie gerne Geld nimmt, nämlich zum Beispiel grössere Konzerne. Es war grenzwertig, aus der Sicht von gewissen Kille-Leuten verständlich, aber es hat auch viel Verrucht gemacht. Und ich bin überzeugt, dass diverse ausgetreten sind. Ja, es gab sogar eine gewisse Entschuldigungsstatement von Kille-Seiten. Also, dass man vielleicht einen Schritt zu weit ging. Aber wie gesagt, da kommen wir eben zu der Moral. Politik und Moral. Oder wenn man den Armen helfen will, dass die nicht ausgebeutet werden, die Konzernverantwortung sind, dann ist das gut. Moralisch ist das gut. Christlich sowieso. Den Armen helfen. Und jetzt ist es so, beim Klima, und dann kommen wir wieder zu den Grünen. Das Klima wollen schützen, ist auch gut. Moralisch. Da gibt es nichts zu sagen dagegen. Und darum haben die Grünen fast ein wenig politisch die Moral auf ihrer Seite. Ist natürlich sicher so. Gegen die Umwelt will ja niemand sein, ist auch niemand. Die Frage ist einfach immer nur, was hat die Schweiz für einen Hebel? Oder die Schweiz hat einen CO2-Ungstoss, von 0,2%. Also 2 Promille. Jetzt kann man sagen, die Schweiz ist ein Reichsland. Sie sollte davon angehen. Was wir einfach bei uns haben, und wir sind einfach immer gerne die Musterschüler. Und, ähm, wir würden uns vielleicht ein bisschen überschätzen. Respektive hat es das Gefühl, wir müssen der Welt vormachen, wie es geht. Und man muss natürlich sehen, dass, ähm, das ökologische Bewusstsein, das ist natürlich auch zu Recht, das ist sehr gewachsen, und das ist natürlich eine Quasi-Religion geworden heute. Oder, ähm, wenn man nicht zum Beispiel für das CO2-Gesetz ist, dann wird man von den Befürworter quasi in die Endegge gedrängt. Ja, du nimmst aus egoistischen Gründen nimmst du eine weitere Zerstörung von unserer Umwelt in Kauf. Dabei, die Schweiz hat, wie gesagt, kaum Einfluss darauf. Also, es hat sektierrische Zöge, kann man sogar sagen. Wenn man nicht dafür ist, wird man in Sünderecken gestellt, oder? Also, das ist ein alter Konflikt, oder, zwischen sogenannten eher links- und rechts-stehenden Leuten, oder? Ähm, Bundeskanzler Willy Brandt hat mal gesagt, in seinem unverkennbaren Dialekt die einzige, ähm, einständige Gesinnung ist die Sozialdemokratie. Ja. Punkt. Und in diesem Geist hat die Linke und die Linksgrüne immer funktioniert und funktioniert bis heute so. Sie wollen eine bessere Welt und sie haben die Instrumente dazu. Und wer da nicht einverstanden ist, der ist einfach auf der anderen Seite. Die Bürgerlichen geben viel eher dazu, dass sie Interessen vertreten wollen. Wie zum Beispiel, dass man gerne überall mit dem Auto fahren oder gerne etwas schneller fahren möchte. Das ist etwas Egoistisches. Das geben die Bürgerlichen aber auch dazu. Hingegen, links-grün, die haben allgemeinen Anspruch. Eigentlich nur, so wie sie es gesagt haben, ist es richtig. Und alles andere ist falsch und die muss man verkehren. Okay. Wir kommen dann auch zum CO2, oder Umwelt zu tun, in der zweiten Hälfte des Gesprächs. Und zum Motto jetzt zuerst noch schnell zurück zum Thema die Opposition an sich. Also wenn ich eure Artikel lese, habe ich die Gefühl, das ist, Hans-Uli Ebi ist erfrischend ehrlich und erfrischend auch etwas anders. Eben etwas gegen den Mainstream. Für mich ist das positiv. Ich schätze die Kritik. Nicht alle Leute mögen Kritik für Leiden. Ist Hans-Uli Ebi von Herkunft, ihr seid aus Burgdorf, von Haus aus, Politwissenschaftler und Betriebswirtschafter. Ja. Ist Hans-Uli Ebi in der Jugend schon oppositionell gewesen? Ja, das hat eigentlich schon recht früh angefangen. Also meine Mutter hat meiner ersten Freundin gesagt, hör mal, wenn du vom Hänsel etwas willst, dann musst du das Gegenteil von ihm verlangen. Aha. Und das ist, ja, wir haben vielleicht auch so gesehen, also wie gesagt, ich komme aus gutbürglichem Haus und ich wäre eigentlich vorgesehen gewesen, dass ich dann vielleicht mal durch Maschinenfabrik Ebi Borgdorf dort einsteigen würde. Jetzt muss man aber merken, wo man seine Talente hat und man muss vielleicht auch manchmal über seinen Schatten springen. Und dort bin ich vielleicht das erste Mal gegen Strom geschwommen. Respektive habe ich das nie so empfunden. Ich bin einfach geschwommen und dann ist halt die Strömung mal von dieser oder von der einen Seite gekommen. Ab und zu kommt es ja von hinten. Und das hat dann eigentlich so etwas durchgezogen. Ich habe dann eigentlich etwas anderes gemacht. Also ich habe zwar eigentlich nur im Mainstream in eine schön brave Wirtschaft und Politologie studiert, bin aber dann eigentlich ziemlich jung dann schon umgestiegen auf Journalismus, wo in der normalen Wirtschaft in Anführungszeichen hätte man mich nicht wirklich brauchen können. Und das habe ich zum Glück früh genug eingesehen. Okay, die Journalisten hatten ja eher den Ruf damals so ein wenig link zu sein, oder? Ja. Bei euch ist das jetzt eigentlich ein bisschen anders herausgekommen, als in der SVP kann man sagen. Ja. Bürgerliche Gesinnung ändert. Das war ein Coming-out. Das war im Oktober 2003, und zwar in diesem Gebäude hier. Und zwar war das so, ich habe dann noch relativ frisch gesehen, ich habe mir mehr meine Sache gedacht. Und dann hat man, zu dieser Zeit hat man die Bundesratswahlen hier ins CC übertragen, auf Grossleinwand und hat man so etwas die Politprominenz eingeladen. Und das war dann, als Ruth Metzler abgewählt wurde und Christoph Blocher gewählt wurde. Und dann ist der Blocher gewählt worden, und es gab eine Pfeife von den üblichen Verdächtigen und ich habe geklatscht. Und dann kam die damalige Programmleiterin von der Teleby zu mir und hat mich so angeschaut und sagte, geht es dir noch? Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, es geht mir gut, aber ich habe das Gefühl, dir geht es nicht so gut. Und von dann an, ist der Damm gebrochen, dann habe ich dann auch begonnen, politische Schreiben. Ja. Und das ist doch auch schon 18 Jahre her. Und es geht mir nicht darum, zu kritisieren, es geht mir darum, die Sichtweisen zu etwas darzulegen, das ich hatte. Ja. Und man muss immer klartrennen zwischen Kommentar und Berichte. Also wir haben zum Beispiel vorhin angesprochen, den Artikel über einen Linkstrahl in Biel, das war eigentlich ein Hintergrundbericht. Man muss schon zwischen den Zielen lesen können und kennen, dass man merkt, er steht vielleicht in diesen Ecken. Aber man muss immer auch korrekt und fair sein. gut, man hat ja früher gewusst von den verschiedenen Zeitungen, die sind der Wirtschaftsliberal, die sind der SVP, wie das Bielertagblatt und moderner, progressiver, wie das Bielbien damals. Wir machen hier schnell eine kleine Pause. Das ist gut, ja. Und dann kommen wir gleich zum Auto, wo ein Steckenpferd noch von euch hat, mit Umwelten und Dingen auch zu tun. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorher ein bisschen durchschnaufen, ein paar Bieler-Jazzmusiker, Jörg Rieckli am Klavier, Samuel Kühni am Bass und der Thomas Fahrer am Schlagzeug. Favourite New Yorker. 2 2 2 4 3 5 5 5 5 6 8 10 11 13 15 Musik 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 Wir kommen zum Auto. Hans-Julie habe direkt eine Zeit lang eine Autosendung hier moderiert. Ich sage es ein bisschen pointiert, karikiert ein bisschen. Ist es so, dass die heutige Jugend eigentlich eigentlich Freitag einen Klimastreik und das Wochenende mit dem VW Kalifornia, wo sie zugefühl ist, sei ein Hippie-Bus, trotz 60'000 Franken Kosten für so ein Auto ins Wochenende. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch? Da muss jetzt die Klima ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin mit den Inhalten und auch mit den Methoden nicht immer ganz einverstanden, aber die, die ich getroffen habe, mit ihnen gesprochen habe, und ich war auch schon hier in einem Streitgespräch mit ihnen, viele von denen sind wirklich authentisch. Das ist ein Klischee von den Leuten, die mit der Klimajugend nicht so viel am Hut haben, dass sie Wasser, Brettig und Wein trinken. Also viele von denen muss ich sagen, sie sind manchmal fast beschämend konsequent. Also die machen das eben nicht. Und die machen eine Maturreise mit dem Zug auf Rom. Oder sie gehen zu Rivendo, eine kleine Schleichwerbung, ein recyceltes iPhone holen. Sie haben ihre Kleider aus dem Second Hand. Leider viele Frauen, die sogar nicht einmal mehr richtig schminken, weil sie wahrscheinlich das Gefühl haben, wegen der Tieversuche. Also man kann, es ist glaubwürdig, obwohl es ist natürlich sehr besserwässerisch. Also man hat manchmal schon das Gefühl, die Grünschnäbel sind los und sie reissen den Schnabel gar weit auf. Gut, sie haben ein Wert, das Ziel, wo sie sich dafür engagieren, dafür kämpfen. Wenn wir authentisch wieder sagen, sie haben in einem anderen Artikel, in derselben Ausgabe, unter dem Stichwort Kreichgang eigentlich geschrieben, dass die Automobilisten mehr und mehr eingegangt werden, in Bösegge reingedrängt und dass man nur noch 30 Jahre hat und überall auf einer lustigen Art Securitas, Busenversteilung und mehr und mehr Kameras. Ja, es ist eben nicht einmal so wahnsinnig lustig, sondern echt vor allem lästig und vor allem in den Städten und das hat jetzt eben noch ausgaufert auf das Landhaus. Und es ist natürlich so, die Sicherheitsmassnahmen technischer Art, aber auch von der Gesetzgebung haben sie sicher etwas gebracht. Auf der anderen Seite, das Reizthema ist nicht nur eine Geschwindigkeit, also bei Geschwindigkeit können wir gleich mal bleiben. Also wenn es jetzt dort, wo jetzt zum Beispiel 30 eingeführt worden ist, neu im Seeland, in Hermrigen oder in Bühl, die sollen mir zeigen, wie man einen Unfall, das es dort gegeben hat, wo jetzt 30 ist, früher mit Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50. Gräbeln hat es dort nicht wegen denen, die 49 fahren. Sondern weil irgendein Idiot von unten hochkam, das S durchgeschleudert mit 70 und dann hast du halt dort irgendein Karli mit einem Karli über die Strasse. Also es ist so typisch schweizerisch, genau gleich wie mit der Promillengrenze. Die Unfalle haben nicht die gemacht, zwischen 05 und 08, in der Regel, sondern die weiter rüber. Aber es geht natürlich darum, der Schweizer hat gerne Sicherheit. Er will sich am liebsten gegen das Leben versichern, wenn er könnte. Und das passt natürlich viel, oder? Und das treibt Blüten. Und man muss eben auch sagen, es ist auch der Zeitgeist. Die Leute, vor allem in den Städten, die finden das offenbar gut. Und die wählen auch die entsprechenden Leute, die das nachher einführen. Und man kommt es auch manchmal fast vor, wie der letzten Ruf in der Wüste. Manchmal fragen wir auch, sind wir, die gerne noch ein bisschen zügiger fahren, sind wir einfach nur Teipeler? Aber es hat auch manchmal jetzt einfach wirklich also Formen angenommen. Es ist einfach absurd. Es geht nur darum, jetzt musst du bremsen, oder wir tun jetzt extra runter. Ja. Eine Freiheit weniger. Ja, eine Freiheit weniger. Und ich muss jetzt einfach sagen, die einzige Partei, die sich heute noch für die Interessen des Automobilistes einsetzt, das ist das, von der ZBiU. Da gibt es natürlich vor allem nur entweder einen Applaus aus den eigenen Kreisen und sonst nur hämische Sprüche. Es ist auch ein Miliekonflikt. Der Linksgrün hat eigentlich nicht einmal unbedingt etwas gegen das Auto, aber er hat etwas gegen den, das nicht so ist. Und das ist eben ein Autofahrer. Ja. Gut, die Biu ist ja gut im Projekt versenken. Westast ist weg vom Tisch. Ja, alles ist ein bisschen weg. Alles im Alls. Jetzt kommt, wir dürfen noch drüber reden. Es ist noch nicht zu nahe der Abstimmung noch das CO2-Gesetz, glaube ich. Ja, das ist ein Gesetz. Wie ist eure Meinung dazu? Also, dann werden wieder die Automobilisten zur Kasse beten indirekt. Das sagen Gegner. Was sagen dir? Ich sage, es ist letztlich das Bürokratie-Monster. Es wird natürlich von der Bundesrätin Summa Rüge erzählt, es ist ein bisschen wie schon, wenn du brav bist, dann kommst du etwas über, respektive etwas zurück. Also, wir nehmen alle etwas weg. Es braucht, glaube ich, etwa 30 Stellen, um alles zu handeln. Die Frage ist, ob es so viel bringt. Auf der anderen Seite, ob es so viel schadet unserer Wirtschaft, glaube ich, eher auch nicht. Und dass jemand, dass ein einziger Flieger weniger abhält, wegen der Ticketabgabe, dass, glaube ich, die, die das verbrochen haben, das Anführungszeichen, das CO2-Gesetz, glaube ich, sie selber nicht. Ich bin dort nicht wirklich dagegen. Ja, ich werde es wahrscheinlich anblehnen. Aber wenn es angenommen wird, geht die Welt auch nicht unter. Nächstes Thema, Trinkwasser, Pestizid, auch ein grünes Thema. Ja, da könnt ihr morgen im Bild einen kleinen Kommentar von uns, respektive mir, lesen. Das ist eine recht schwierige Abstimmung. Weil eigentlich gegen sauberes Wasser ist niemand. Nein. Und jetzt tun die Behörden kurz vor der Abstimmung die Grenzwerte, die werden uns plötzlich relativiert. Der Grenzwert für das sogenannte Chlorothanolil, der ist bei No1 ca. Milliliter. Jetzt plötzlich ist der qualitätsrelevant, aber nicht gesundheitsrelevant. Also wie soll da jemand noch draus kommen? Das heisst, ist jetzt das Wasser sauber oder sterbe ich nur ein Liter ab? Und ja, es ist auch ein kontroverses Thema und auch das geht, das ist wieder auch ein Milieokonflikt. Das ist das ländliche, traditionelle, bäuerliche, bäuerliche Mainstream gegen Biobauern, so à la Kilian Baumanns und Konsorten, die auch ihre Berechtigung haben. Ja. Und ja, ich bin gespannt, es wird knapp und ich hoffe, es machen es nicht zu viel. Wie ich eigentlich auch denke, ich will nämlich, dass es genug Ja-Stimmen gibt, dass es einen gewissen Druck gibt, dass man etwas macht, für das Wasser. Aber so, wie man das machen will, ist das schon umsetzbar, aber mit grossen Opfern. Also, merci vielmals, Hans-Wol-Jewi, die Zeit läuft es davon, wir könnten auch lange diskutieren, politisieren. Ein letzter Gedanke noch nach Hegel, nach dem Philosoph, ist ja, zu jeder These braucht es eine Antithese, das heisst, Kritik ist eigentlich nötig und lebenswichtig, damit es auf höherer Ebene in einer Synthese, dass es einen Fortschritt gibt, oder? Würdet ihr das unterstreichen? Würde ich sofort unterschreiben. Vom Applaus, aus dem eigenen Lager, bringt das nicht weiter. Das ist gut für die Säge. Aber richtig etwas lernen, tut man aus gescheidenen Gegner. Die, die einem fordern, und die man vielleicht auch etwas lernen kann. Man muss nicht immer bei seinen Standpunkten bleiben, man kann die auch ein bisschen revidieren. Und ich habe eigentlich die, die meine Artikel oder manchmal auch Posts oder Social Media kommentieren, die, die das klug kommentieren, da lerne ich etwas. Also, die fürchten hier Kritik an eurer kritischen Position nicht. Nein, wisst ihr, es ist wie im Boxen. Wenn man einen Stallhammer hat im Händchen, dann sollte man kein Glas können. Das ist gut. Ich nehme das als Schlusswort. Merci vielmals für das Gespräch. Es hat mich gefreut, zuerst mal wieder vis-à-vis live im Studio an Soli Ebi. Wir sind gespannt auf eure nächsten Artikel. Merci vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, euch zu Hause, danke für das Interesse unserer Sendung. Ich hoffe, ihr habt den Mainstream-Zeitgeist und Kritik, den Wert von diesem allem ein bisschen mit uns reflektieren können. Bis zum nächsten Nachgefragten Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.